Wie heißen Sie denn? Das ist egal, das möchte ich nicht preisgeben. Oh, Sie wollen nicht sagen, wer Sie sind. Haben Sie denn einen Ausweis dabei? Dann kann ich nachschauen. Haben Sie nicht dabei? Gut, dann guck ich dir mal nach. Den sitze ich nicht. Sie besitzen keinen Ausweis? Nein. Wieso nicht? Verloren oder? Ja, den habe ich verloren. Den haben Sie verloren. Ich heiße Justin Bieber. Oh, und ein Scherzkex auch noch. Nee, wirklich. Es gibt zwei Justin Biebers. Ja, das glaube ich nicht sofort. Ich wohne in der Hauptstraße 25 in Köln. Ja. Das ist ja schön, dann überprüfen wir das auch gleich. Justin Bieber können Sie das gerne überprüfen. Ja, also das verspare ich mir jetzt. Ja, ich mir auch. Wissen Sie was? Also bevor Sie blöd und patzig mit uns sprechen, lassen Sie es lieber ganz. Ist in Ordnung.